Ich lerne Deutsch. Nummer 10054 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Meine Schwester hatte gestern Fieber. Wir haben Spiele gespielt, um sie aufzumuntern. Das war schnell geklärt. Wir haben nichts mehr zu befürchten. Alles ist in Ordnung. Das war schnell geklärt. Wir haben nichts mehr zu befürchten. Alles ist in Ordnung. Ich kann aufhören zu denken, dass ich nicht genug tue und meinen eigenen Wert erkennen. Ich kann aufhören zu denken, dass ich nicht genug tue und meinen eigenen Wert erkennen. Kannst du die Möhren in Scheiben schneiden? Die brauche ich für den Gemüsesaft. Kannst du die Möhren in Scheiben schneiden? Die brauche ich für den Gemüsesaft. Kannst du die Möhren in Scheiben schneiden? Die brauche ich für den Gemüsesaft. Meine Motivation für die Arbeit an diesem Projekt ist, etwas Sinnvolles zu schaffen, das anderen Menschen hilft. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Schon bald wird an dieser Stelle unser Haus stehen. Alle Bäume bleiben erhalten. Schon bald wird an dieser Stelle unser Haus stehen. Alle Bäume bleiben erhalten. Schon bald wird an dieser Stelle unser Haus stehen. Alle Bäume bleiben erhalten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. zack, zack, zack. zack, 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 zack. Vielen Dank.